Lebensmöbel Komm, Zombie Geh dann hol... Ich hab jetzt glaube schon über 500$ gesammelt Oh, gut Ha? Machst du das? Alles bei Militärbase Ich hab glaube bei Militärbase jetzt 400$ insgesamt gesammelt gehabt Gestern und heute So, Uli, wir laufen jetzt gerade durch Parkerville durch Ja, ich lauf gerade Richtung Parker Wenn man das eigentlich so sieht, wenn wir hier so frei rumlaufen sind, war ein perfektes Ziel So... Dann laufen hier so einer Wand lang, ist perfekt Und direkt drauf schießen Aber willst du sonst noch laufen mitten auf der Straße? Theoretisch hast du schon recht Ähm, wir müssen ja einfach immer gerade durch, ne? Praktisch Sozusagen Für den Zombie Was ist der? Dein Onkel? Ja Wie alt hast du bekommen? 57$ Das meiste, was ich da beim Militärbase auf einmal bekommen habe, waren 120$ Ja Da ist schon wieder weit Und wieder Geld Wow Krass, vor uns haben die nicht so viel verloren Manni Er hat Geld verloren Manni stand da Naja, fast schon Scheiße Und wie viele waren's? Ich hab auch keine Ahnung, was ich so drauf dachte Also, siehst du ja dann Laufen wir eigentlich richtig? Ne Wir laufen total falsch, wir laufen ja nicht Richtung Campus City schon wieder Sollen wir da hin? Ich würd mir lieber mal Odin gerne einsammeln Kommt man da durch? Ne Boah, da musst du nicht ganz außenrum durch Ich würd gern Odin gerne einsammeln, weil sonst Ist ja Odin hat ja so ne geringe Lebenschance Ich ruf jetzt ja einfach durch Stimmt Ich hab was Pfeifen gehört Hat einer mit dem Hammer zugehauen? Ne Ja, ich Ich ruf hier gerade da an so ne Halle vorbei Hast du wieder gepfiffen? Warst du das wieder? Ey, das ist aber nicht lustig hier Vor allem nicht hier in dieser Kackstadt Doch, er ist Doch, deswegen erst recht, weil dann diejenigen sich in die Hose machen, die das nicht wissen Hier sind's, hier ist zweimal Wasser Ich hab's mitgenommen Ops Oh, bei mir ist eigentlich schlafen, Scheiße Oh, uns haben los, Scheiße Wie los Odin? Oh, Essen, 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 ich brauch Essen So Odin, wo bist du jetzt? Bei Feuerwehrautos Lassen So, wo ist jetzt vom Onkel? Ach der ist hinten raus Können wir ja viel mit anfangen Wo bist du denn lang jetzt? Ach, da lang, ja Ich bin im Parkerin Hä? Da vorne nicht, ne Restaurant Siehst du die Feuer, äh, siehst du die, die Sheriff's Dings im, im Feuerwehrautos, ja Da bin ich Ach nein, nicht Feuerwehr, siehst du die Nee, Polizeistation Ja, genau, das soll ich sagen Keine Ahnung, was das sein soll, wo das ist Keine Ahnung Rechts von der Brücke Hier nicht mal ne Brücke Wenn bei irgendeinem Lagerhaus, so ein großes Haus ist das Sporthalle oder sowas, keine Ahnung, geh mal rum Sporthalle Ich bin auch so ne Sporthalle Ach nee, ey, im Kaufhaus ist das Hier ist noch so Hier ist noch so Ist auch Booni Ich hab noch einen Hut Meinen? Jetzt ist mein Spiel ab, hier Der nix Send Report Ich hab meinen Hut wieder, ich hab meinen Hut wieder Send Report Ja, das hatte ich auch So, wo seid ihr raus? Enten raus Alter, hoffentlich bleib ich noch da Ach du Scheiße Welchen Server waren da? Pass auf Tommy. Ähm, Server... Pass auf, ich nehme den. 161. 161. Pass auf, wir kommen noch zwei. Nee, ich bin gerade nur gelaufen, ich hab das schon lange gewählt. Aber nicht vor Kennen, sondern vor einfach rumstehen. Ich hab nicht rumgestanden, ich bin gelaufen. Ja, aber warum? Ich hab wieder meinen Hut gefunden. Ich hatte vorhin auch einen, ich hätte auch mitnehmen können. Habe ich nicht immer gehabt und den hab ich dann irgendwann verloren, weil ich gestorben bin. Ich hab ne Clowns-Maske, oder eine Skull-Maske. Woll, ich kann Inventar nicht mal rausklatschen, weil ich den benutze, oder was? Da vorne ist der Supermarkt. Nein, das ist, weil dein kleiner Tod ist und da musst du warten. Nein, der ist doch bloß ausgelockt. Genau, da kann ich den nicht einfach wegpacken. Nur in der Safe-Zone geht das. Klasse, ey. Hier vorne ist der Supermarkt, den gucken wir auch nochmal durch, ne? Genau, und hier steht auch heute. Ja, noch nicht. 161, ja? Ja. Ist ja ja total falsch, ey. Da wo die Feuerwehr-Autos-Krankenwagen-Polizei-Wagen stand, ne? Ja, genau. Ja, genau, da sind wir jetzt auch. Ja, dann komm ich gleich. Das war's ja aber total falsch. Ihr habt gesagt, nach links, dann nach oben, da wo die Linien sind, da bin ich hin gelaufen. Naja, egal, wir haben uns ja jetzt gefunden. Ist ja jetzt egal. Ich denk's, du hast irgendwie falsche Linien gesucht. Weil ihr falsch erklärt habt. Naja, ich hab'n Onkel O. gefunden. Ja, ja, wenn du ne Poste bist. Ja, ich hab' die beiden auch gefunden, mit nem riesen Sturz, aber ich hab's ja gefunden. Ich wollt' schon sagen, guck mal links oder rechts zur Treppe, äh, drüge runter, aber... Ich wollte endlich da runter gehen, weil ich hab' da irgendwie gesehen, dass ich's eigentlich da runter ging. So, da bin ich jetzt. Weil ich hab' dir noch gesagt, pass auf, da kannst du runterfallen. Was ist das für'n Rucksack? Was ist das für'n Rucksack? Medium. Ja, den brauch' ich. Ich auch. Jetzt hab' ich ihn. Ich auch. Dieb. Ein Hammer. Hier. Leer. Klasse, sehr gut. Leer. Hammer. Leer. Hammer hab' ich. Hammer hab' ich. Hammer hab' ich genug. So, mein Hammer. Ja, Hammer hab' ich genug. Ich hab' zweimal, ähm, geschafft. Ja, jetzt hast du keinen mehr. Ecker, klar. Klar, das lebt doch noch. Wenn er nicht gestorben kann. Ja, da bloß ein Disconnect. Achso. Spiel hab' ich gehabt. Ey, hoffe ich schmiert das Spiel ganz schön oft ab. Ja, bei dir und jetzt... Komischerweise nur bei euch. Ja. Bei mir das erste Mal jetzt. Ihr nehmt an der Seite, an der Seite ist gar nichts, ne, hier. Ne Blackman. Alter. Ja. Alles leer. Alles leer. Alles leer. Ich brauch' fressen. Ich brauch' fressen und trinken. Ich brauch' alles. Trinken hab' ich noch, aber fressen hab' ich nicht mehr. Ich brauch' alles. Was ist das? Wasser. Wasser. Schon wieder. Ey, ich hab'... Das hat sich jetzt... 50% ok gefüllt. Ach, ach. Ach, ach. Das ist ja auch eine Kacke, was? Ey, was ist denn der für'n Scheiß? So, trinken wieder. Voll. Ich bin gleich wieder da. Ich mach's schon wieder. Ach. Ich hab' ich gleich Hüte. Ihr könnt euch gleich Hüte hier. Ich hab' Hüte, wenn ihr haben wollt. Ich hab' schon meinen Server Boot. Ich hab' schon meinen Server Boot. Ich hab' das gut. Heul. Ah. Ich hab' ne Maske. Papa-Tye-Ty-Tata-Tya. Ich hab' selber mein... Ich sitz' unter Feuerwehr. TarenTerapoon ... Wo bist du? Ich sitz' unter Feuerwehr. In Sana Feuerwehr sitzt du? Feuerwehr. Auf dem Feuerwehr Hüte Du hast... Ach so, das ist mein Headset. Ich dachte schon... Ach, also,... Der schießt jetzt nur die Rottie, ist jetzt am Abfallerung. Ich glaube, das ist aber nicht so prickelnd, wenn hier ein Spieler kommt, der kann uns schön abfallern. Ja. Ich hab also noch 161. 161. 161. Ja, wenns geht, nur vor einer. 19 sind da jetzt drauf. Ich mach ja schon wieder. Ist doch zum Kotzen, ey. Zweimal hintereinander, ey. Die ganze Zeit kacken gestorben. Wer guckt mich denn da so pervers an? Ich krieg mir gleich mal eine Zigarette stoppen, ey. Lass mal zu dem mit dem Hut. Ja, crazy. Lass mich nicht. Hast du Hut, Onkel, oder Maske, oder irgendwas? Ich hab... Ich hab... Ich hab einen Hut, ich hab... Ulin, du kennst ja noch meinen Hut. Hab ich noch. Hab ich gefunden. Ha, ha. Kaput, Tarn. Und jetzt wieder. Mein Hut. Der hat die Ecke. So, ich bin jetzt wieder hier in dem Kaufhaus drin, und ihr seid recht. Boah, der abkrabbelt. Hier traut mich an den Eiern rum. Wir stehen vor dem Kaufhaus. Tobi ist ganz pervers. Small. Small ist die Erse. Hast du Beweise? Nein. Da krieg ich mich an den Eiern rum. Ja, ne Meiler... Oh, ne meiler... Tobi ist der Tag aber der Eier hoch. Ja, und vor allen, der hat eine Füsi alseser. Ja, ne, das sagt ja alle. Tobi, wenn du dich outen willst... Ich kenn den... Wir mögen dich trotzdem noch. Wenn du dich outen willst, ich geh nin. Auch mich nicht zu outen. meine Energie am Kopf ist weg ja die sieht bei mir auch langsam weg du brauchst du mal zum Fodern her da nicht nur du meine... oh mein Gott wer ist das? Wer ist das? Töten! 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 Nein ich bin's! Warte ich hab ne AK ich kann es schneller töten Töten! 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 Hey! kann man nicht so hier tötenmäßig drauf sein Töte ich! Töte ich! Töte ich! Töte man nicht so nicht töten! Oh Mann sieh so kann es nicht aufnehmen! Ja ihr kann es nicht aufnehmen! Ich hab's nicht aufgenommen! Ich hab's nicht aufgenommen! Ich hab's nicht aufgenommen! Da fragen die fragen die vorher ob jemand in der military base ist total bescheuert also also will keiner mehr einen Hut haben auf meine eigene auf dem stehe ich denn du gehst auf Odin aber voll! Guck mal über dir Odin! Ja ich hab's gesehen! Du bist weg! Wenn man auf einen draufsteigt dann fliegt man automatisch vom Server runter! Hier kommt einer! Hier ist einer! Er hört nicht zu uns! Meinst du? Ja mit dem weißen Hemd! Meinst du? Ach dann bist du doch du Vogel! Nein! Ist das der Onkel? Weiß ich nicht! Weiß ich nicht! Hier sind welche mit einer Tarnjacke und alle drum dran! Ja! Das ist der bescheuert! Und ich bin der Und ich bin der der Schönling! Und der mit der Akar Der mit der Akar Das ist der Schönling! Und Onkel ist der mit dem Helm! Ich hab' auch Helm! Soooo! Brauch doch meine... Ich hab'n besseren Tarnhelm! Die dunkle! Warte mal! Ich glaub' ich hab'n Tarnhelm nicht Tarnmünze Ich hab' so ne dunkle glaub' ich! Na lass' mich erst mal angucken! Ob wird hier überhaupt ein Feld? Ob wird hier überhaupt ein Feld? Wo seid ihr jetzt auch mal hin? Das ist doch Booni! Ist doch genau dasselbe Ding! Nee! Der ist dunkler! Booni Kamer! Ey ihr steht wieder mitten aufm Parkplatz! Hallo! Das habt ihr vor uns genauso gemacht! Onkel! Du stehst auch mit nur aufm Parkplatz! Ja ich will aber hier raus! Hör weg! Ja ich bin jetzt hinter dir! Ich lauf direkt hinter dir her! Ja toll! Jetzt schwebt der Helm hier in der Luft! Klasse! Kommt hier einfach! Kommt hier einfach! Ich brauch' fressen! Na du! Seid ihr jetzt hinten? Wir sind jetzt abgehauen! Wir sind hier... Wir sind immer noch bei der Feuerwehr... Station! Ja dann kommt hinten bei der Feuerwehrs in den Wald! Mit Zombie-Skilln! Ah! Ok! Kommst du Udin? Ja ich guck' dich nochmal nach! Ah! Oh! Kein Schwerpunkt! Ah! Zombie! Zombie! Wo denn? Na hier drinne! Geh doch nicht da rein! Da waren wir doch schon! Oh! Oh! Gut! Die Wechsel auch! Ach! Ich dachte erst heute! Ja ich hätte mich so schlack! Das wäre jetzt zu schön gewesen wenn er nochmal gestorben wäre! Ich bin ja nicht gemein! Ja aber... So ich bin jetzt auch da! Oh! 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 Ich sehe euch da schon nach oben! Oh! 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 Ich brauch' fressen alter! Das geht ja nicht! Alter das brauch' ich auch! Nix auch nicht! Hat jemand Bandagen? Ja! Wer? Ich! Wieso? Achso ich hab' Bandagen! Ich hab' Bandagen! Ich hab' Bandagen! Also bei mir ist das Blut nur noch bis zu den Schultern! Ich hab' den Edipack! Ich hab' den Edipack! Ich hab' den Edipack! Ich hab' den Edipack!